Hallo, hier ist Bino von Binos Art. Ich habe das Thema Tannenbaum nochmal aufgegriffen, da ich ja letzte Woche schon diese zwei Tannenbaum Tutorials gemacht habe. Heute male ich auf Leinwand mit Acryl. Viel Spaß beim Schauen und hoffe, ihr habt Spaß dabei. Euer Bino von Binos Art. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020